Die gute Nachricht ist, dass es sehr viele verschiedene Stromungen in der Menschheitsgeschichte gibt. Die Guten, die Schlechten und die Hässlichen und so viele mehr. Es gibt diverse konkurrierende Kräfte auf der Welt. Das Problem ist, dass die Bösen oft sehr gut organisiert sind. Über das Wochenende kam ich zu einigen Einsichten. Es war ein Prozess, ich habe am Freitag schon ein wenig darüber gesprochen, aber ich habe jetzt noch klarer verstanden, wie das gesamte System funktioniert und ich war fast nicht mehr dazu in der Lage, heute in die Sendung zu kommen. Mein Punkt ist, ich kann nicht einfach herkommen und mit Fakten und Statistiken herunterrattern und meine Ansicht über dies und jenes teilen. Wir müssen eine fundamentale Diskussion über die echte Welt haben, die nachweisbar ist, darüber, was wirklich los ist, was ein 10-Billionen-Pfund-störer-Elefant im Wohnzimmer ist. Und viele Menschen, die vom Bösen und von Korruption hören, sind stolz und sie wollen nicht glauben, dass sie verslavt wurden. Oder sie sind stolz und sagen, was soll's, man kann nichts dagegen tun. Und sie denken, dadurch hätten sie die Kontrolle über die Situation. Ich schätze, das ist Teil der Dekadenz der Gesellschaft, denn wir hatten es so lange so gut. Aber heute Morgen hat es mich echt erwischt und dann nochmal heute Nachmittag, härter als alles andere zuvor. Denn die Schatten werden länger. Es wird Nacht über unsere Gesellschaft. Und zweifellos werden ich und viele von euch auch fokussierter und ernster. Also ich will nachher noch über einige Schlagzeilen reden, aber erst will ich über die größte Einsicht reden, die größte Offenbarung, die mir jemals zuteil wurde. Das Leben ist natürlich voll von solchen Erlebnissen. Es sei denn, man lebt in einer Scheinwelt, dann ist es ein bodenloses Loch der Ignoranz. Also wenn ich über diese Einsicht rede, die ich hatte, werden viele von euch sagen, erzähl mir was, das ich noch nicht wusste. Und diese Tatsache allein ist schon die Einsicht. Das allein ist schon das Erwachen. Dass ich das eigentlich selbst auch schon wusste, aber es hat mich voll erwischt. Ich sehe die Sozialtechniker. Ich habe ihre Bücher rauf und runter gelesen. Ich habe hier in der Sendung aus ihnen vorgelesen. Und ich verstehe die Globalisten und die Sozialtechniker bis ins Detail. Denn ich habe sie für 20 Jahre intensiv studiert. Seit 17 Jahren in meiner Sendung. Und ich kann heute deutlich sagen, dass ich mehr weiß, als sogar die meisten ihrer Top-Technokraten. Denn die meisten ihrer Technokraten sind weltlich. Sie haben sich verkauft. Sie haben ihr Wissen einfach nur benutzt, um Macht zu erlangen. Und sie sind faul bei ihren Recherchen. Auf eine gewisse Art kann ich erkennen, dass meine Sendung fast wie eine Universität ist für Leute, die schlechte Dinge tun und böse sein wollen. Das ist eine andere große Einsicht, die ich an diesem Wochenende hatte. Denn ich lerne ständig dazu. Ich lerne heute in einem Monat mehr, als ich vor 15, 16 Jahren noch in einem Jahr gelernt habe. In den letzten Monaten wurde mein Verstand wirklich mit Einsichten überflutet. Und das ist einerseits erschöpfend, andererseits ist es aber auch sehr erhebend, sich etwas zu widmen und anzufangen, ein Meister zu werden. Und wenn du beginnst, ein Meister zu werden, erkennst du zunächst mal, dass du nur ein Erstlässler bist. Aber das Universum öffnet sich dann vor dir. Und mein Ziel ist es, wirklich zu artikulieren, was ich weiß. Und euch dann die Quellen zu zeigen, die ich recherchiert habe. Und wie gesagt, viele von euch werden sagen, dass ihr das alles schon wusstet. Aber das ist wirklich der größte Sektor dieser Konstellation von Einsichten, Offenbarungen, was auch immer, Erweiterungen meines Horizonts, die ich in letzter Zeit erlebte. Ich werde zum Ende dieser Stunde mehr darüber reden. Zu versuchen, das zu beschreiben, ist wie von einer 60 Meter hohen Klippe in das herrliche Mittelmeer zu springen. Es ist wunderschön, aber sie jagt einem auch ein Schauer über den Rücken. Und ich will das, was ich hier sage, nicht künstlich aufbauschen. Ich kann mir mittlerweile Dinge vorstellen, die sie tun, weil ich weiß, wie ihr Verstand funktioniert. Und wenn ich das dann in eine Suchmaschine eingebe, was ein unglaublich mächtiges Werkzeug ist, wie eine moderne Kristallkugel, dann kann ich die genauen Worte finden, die ich im Kopf hatte, und ich kann sehen, wie der Feind diese Worte benutzt. Es ist unglaublich. Und wenn man weiß, wer die Globalisten sind und was sie vorhaben, dann sieht man, was für erbärmliche Leute das sind. Dass sie das Wissen, das sie haben, nicht mit den Menschen teilen wollen, um sie zu ermächtigen, und obwohl sie wissen, dass viele intelligente Leute wie ich entdeckt haben, was ich entdeckt habe, und dass sie dann trotzdem den Legionen des Bösen, den Legionen des Untergangs beitreten, das ist eine sehr dunkle Einsicht. Aber sie missachten dabei einige spirituelle Dinge. Vielleicht hatten sie auch keine liebevolle Familie. Einige von ihnen waren eigentlich gute Menschen, die dann aber von einer überwiegend barbarischen und oberflächlichen Welt missbraucht wurden, sodass sie sich dann gesagt haben, was soll's, dann werde ich eben dunkel und korrupt und baue Mauern um mich herum. Darum geht's in Pink Floyds' Song, The Wall. Und dann kommen die Würmer, die dein Gehirn fressen. Denn wenn du deine Liebe aufgibst, deine Leidenschaft, deine Liebe für Kreativität und dein Mitgefühl, dann beginnt deine Seele sich zu verschließen. Und das Gefängnis, das du um andere Leute baust, von dem du glaubst, dass es dich beschützt, ist eigentlich ein Festungsgefängnis, das du um dich selbst herum baust. Und nochmal, ich weiß, wenn ich das sage, werdet ihr sagen, ihr wusstet das schon. Aber wusstet ihr es wirklich? Denn das ist nur ein Stück in einem größeren Mosaik, das ich versuchen werde zu beschreiben. Denn ihr wirst Gedanken bewegen sich in Lichtgeschwindigkeit, du bist eine unglaubliche Kreatur, du lebst auf einem wunderschönen Planeten, der sich durch die Tiefen des Weltraums bewegt. Ich meine, alles um dich herum ist magisch, Bewusstsein ist unglaublich, alles ist unsagbar schön, wenn du das Gute in der Welt erkennst. Und dann siehst du das Hässliche, und das Hässliche ist, wie ein deformiertes, nicht richtig funktionierendes Tier, das in einem Graben liegt und herumzappelt. Es ist dann nicht mal mehr länger ein Feind und du erkennst, dass du schwach warst und dich die ganze Zeit von ihm an der Nase hast rumführen lassen, dass du dich freiwillig diesem Bösen untergeordnet hast. Darüber will ich zum Ende der Stunde reden, wie ich es versprochen habe. Aber der zentrale Punkt dieser Einsicht, die ich hatte, ist, dass das Ziel Königtum ist. Königtum. Wir reden von diesen Stadtstaaten, die sich nicht an Gesetze halten müssen, wie die City of London, die UN steht über dem Gesetz, dann diplomatische Immunität, Mitglieder des Kongresses dürfen Insidergeschäfte machen, Kongressabgeordnete wurden erwischt, wie sie Kinder vergewaltigt haben. Und das ist nur hinten in der Zeitung, und sie kommen dafür nicht mal in Schwierigkeiten. Sie sind eine Bande von Jerry Sanduskis, eine Bande von Pädophilen, man kommt heute nicht mehr in die höheren Ränge ihres Clubs, wenn man keiner ist. All diese Dinge. Und wie kommen sie damit durch? Sie sind Könige. Und sie schaffen ganz bewusst dieses Adelssystem. Kim Jong-il wurde in Nordkorea von seinem Vater in die Macht gebracht. Jetzt ist sein Sohn dran, die dritte Generation, und in Nordkorea nennen sie ihn jetzt auch schon König. Sie sagen jetzt, er macht, dass die Sonne aufgeht und dass die Vögel singen. In einer oder zwei Generationen werden sie dann goldene Kronen tragen, und Amerikaner werden Geld dafür ausgeben, mit ihnen auf Yachten umherzufahren und zu posieren, während sie rote Roben und Kronen tragen. Und seht ihr, das britische Königshaus ist 50 oder 60 Generationen nordkoreanischer Diktatur. Und wir verbeugen uns vor Leuten in Magazinen und beten Kate Middleton an. Seht ihr, wie krank das ist? Und darum geht es beim National Security Act. Darum geht es bei der neuen Weltordnung. Darum geht es jetzt bei diesen Verträgen, die sie versuchen durchzubekommen, wonach die sechs Megabanken diplomatische Immunität bekommen sollen. Ich meine diplomatische Immunität, meine Damen und Herren. Du kannst dann von Bord eines Flugzeugs gehen und mit einem Fünfjährigen mit einer Kette um den Hals und niemand kann dich aufhalten. Und sowas ist immer nur hinten in den Zeitungen, wenn sie überhaupt noch darüber berichten, wenn die UN erwischt wird, wie sie Heimkinder ausfliegt, oder andere Kinder einfliegt, das ist dann nur noch eine Fußnote. Und wenn du ein neuer Hörer bist und sagst, das ist alles unglaublich, dann gebe das in eine Suchmaschine ein. UN-Court Sex Trafficking, UN-Court Using Diplomatic Immunity. Und keiner kommt dafür in Schwierigkeiten. Die Polizei hat in Houston einen Typ erwischt, der Leute umgefahren hat. Aber er hatte diplomatische Immunität, sie konnten nichts machen. Man kann sich heute von der UN und diversen Regierungen diplomatische Immunität kaufen. Versteht ihr, das ist eine Bande von Piraten, die durch Betrug all diese Macht an sich gerissen haben. Und jetzt sagen sie, sie sind die Könige und dass für sie keine Gesetze gelten. Sie sagen, dass sie wegen ihres Siegelrings oder wegen des UN-Siegels ungestraft eine Frau angekettet im Schrank als Sexsklaven halten dürfen, so geschehen in New York. Und sie kommen dafür nicht in Schwierigkeiten. Sie können sie umbringen, zerstückeln und in die Müll werfen. Wenn der Müllmann sie dann findet, sagt die Polizei nur, wir können nichts machen. Und aus diesem Grund tue ich das hier und bin so fokussiert und so hardcore. Denn ja, meine Damen und Herren, sie können mir ganz leicht eine Falle stellen. Sie können mich ganz leicht umbringen. Ich wurde schon vor Jahren körperlich angegriffen. Ich bekomme Morddrohungen. Ich habe schon schmutzige Tricks erlebt, die ihr mir nicht glauben würdet. Aber ich bete zu Gott. Und ich weiß, dass ich in Gottes Händen bin. Und es heißt nicht, dass ich irgend so einen sauberen Mann bin, der euch davon erzählt, was für ein guter Christ der ist. Hört zu, ich bin ein schlechter Mann. Mein Fleisch ist schlecht. Ich habe schlechte Gedanken. Ich stelle mir manchmal vor, wie ich buchstäblich meinen Feinden die Augen rausreiße. Aber ich empfinde danach Reue. Ich möchte ein guter Mensch sein. Und ich möchte meine Mitmenschen nicht hassen. Die Welt ist grausam. Die Welt ist hart. Die Welt ist schlecht. Madison Avenue zeigt uns den roten Teppich und die Models und die Hubschrauber und das Geld. Und wir denken dann, das ist wundervoll und himmlisch und unsere Leben sind schäbig und nichtig. Aber das ist nicht wahr, Leute. Schönheit zu erkennen, Gerechtigkeit zu erkennen und für Gerechtigkeit aufzustehen, anderen zu helfen und sich nicht gegenseitig zu hassen, das ist es, was uns auf die nächste Ebene bringen wird und was einen erfüllt. Kein Geld der Welt kann das und es gibt unzählige Studien, die das zeigen. Was dich erfüllen wird, ist die Wahrheit. Und das heißt nicht, dass du nicht manchmal sauer auf deine Familie bist. Das heißt nicht, dass du nicht manchmal sauer bist auf deinen Chef oder deine Angestellten. Es bedeutet, dass du die Impulse und die Manipulation der Sozialtechniker verstehst. Das ist belegt. Von Edward Bernays vor 80 Jahren über Joseph Goebbels vor 70 Jahren bis hin zum Einmaleins der modernen Propaganda. Es geht immer um Teile und Herrsche, darum uns gegeneinander auszuspielen. Ich meine, wenn du heute MSNBC anschaltest, ist das wie eine Satire von Kurt Vonnegut. Eine bizarre futuristische Welt, wo alle sagen, jeder weiß, dass Menschen, die was gegen die UN haben, Rassisten sind. Und Waffenbesitzer sind Abschaum und hassen Schwarze. Ja, und diese bösen Menschen müssen erledigt werden. Hey, gute Neuigkeiten, das Konzept der Familie löst sich auf. Ich meine, man schaut sich das an und denkt sich nur, was soll das? Und das sind alles unglückliche, seelenlose Söldner. Ich war bei MSNBC. Ich war bei Fox. Ich war bei CNN. Ich war überall. Und ich habe diese Menschen erlebt. Und ich kann euch sagen, sie sind absolut einsam. Sie täuschen alle nur etwas vor. Wenn sie untereinander sind, versuchen sie alle besonders mächtig zu erscheinen. Und jeder versucht, möglichst nichts zu sagen und möglichst nichts von sich preiszugeben, denn niemand könnte es ja gegen sie verwenden. Und dann gehen sie nach Hause zu ihren Plastik-Ehemännern, zu ihren Plastik-Ehefrauen, zu ihren Plastik-Kindern, die Selbstmord begehen, weil sie vollkommen leer sind. Ich habe das gegenteilige Problem, ganz ehrlich. Ich lebe so sehr in der Realität. Es ist absolut unglaublich. Aber es tut doch weh. Und ich sage nicht, dass ich irgendwo da oben bin. Ich bin nur auf einer grundlegenden menschlichen Ebene. Ich lese die Schriften der Gründerväter und die Schriften von Philosophen. Ich lese große literarische Werke und ich sehe dort die gleichen Gedanken, die ich auch hatte. und sie gehen auch über mein Verständnis hinaus. Ich bin nichts Besonderes, aber an einem Zeitalter der universellen Täuschung ist die Wahrheit zu sagen, ein revolutionärer Akt, wie Eric Blair sagte. Ich liebe es, den Klang des Donners durch die Studiowende zu hören. Ich möchte einfach nur rausgehen in die Wälder und im Regen wandern. Wisst ihr, das ist ein Grund, warum ich so wütend auf die Globalisten bin, denn sie stehlen in unserer Zukunft. Sie stehlen nicht nur finanziell, sie stehlen nicht nur kulturell. Sie stehlen auch unsere Zeit und unsere Energie, wenn wir ihrem System dienen. Der Fakt, dass wir Zeit damit verbringen, über sie zu reden und über all diese Dinge, die sie tun. Und wenn man sie mit seinen Angriffen nur streift oder sie innerhalb ihrer Paradigmen angreift, dann verleiht man ihnen nur noch mehr macht. So ist das Ganze designt. Also greife sie mit unkonventionellen Methoden an, von außerhalb ihres Scheinsystems, von außerhalb dieser künstlichen Gesellschaft und nicht auf dieser Bühne, auf der sie uns trainiert haben, mitzuspielen. Wenn jemand das erkennt, gefällt ihnen das kein bisschen. Wenn man in die Studios von CNN geht, sieht man, wie schmutzig und heruntergekommen sie sind, wie demoralisiert die Leute dort sind. Gut. Ich war bei CNN vor ungefähr zehn Jahren, und dann vor drei Jahren und damals sah das noch nicht so aus. Ich war in den gleichen Studios wie jetzt vor kurzem wieder und sie verwesen, genauso wie ihre Seelen verwesen. Es ist gut, den Feind verwesen zu sehen. Es ist gut, sie schwach zu sehen. Schaut euch an, wie Infowars wächst. Genauso wie der Rest der alternativen Medien. Wir werden stärker. Sehr gut. Es ist Krieg. Und wenn sie mich zerstören, bin ich persönlich nicht glücklich darüber. Aber das gehört zum Krieg dazu. Es ist Teil der Realität. Das ist das echte Leben. Wie der Baum, der Wasser bekommt. Es ist heilig. Es stärkt die Spezies. Es ist ehrenhaft. Es ist ein Kampf. Es ist echt. Es ist ein Kampf. Es ist echt.